Gentlemen, wir schicken Sie mit einem Halo-Sprung rein. Mir ist klar, nicht alle von Ihnen haben praktische Erfahrung. Und offen gestanden war bisher noch niemand von uns in einer solchen Situation. Aber ich würde von keinem von Ihnen verlangen, diesen Sprung zu machen. Wenn ich nicht vollstes Vertrauen hätte, dass Sie es schaffen. Ihr Mut wurde nie dringender gebraucht als heute. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie haben das Jahrhundert geformt und das müssen Sie noch einmal tun.